Ja, es gab ja früher Ladungsaustausch bei der Post. Und 1977 bin ich mit der LK, also Elektro-Kahn, zum Gleis 2 gefahren, um die Wertsendungen abzuliefern, weil der Zug kam von Bamberg und fuhr weiter Richtung Schweinfurt. Nach dem Ladungsaustausch mussten wir die beiden Gleise überqueren und auf einmal kommt von Schweinfurt ein Güterzug, beinahe hätte es uns erwischt.